Hey Leute, wir sind zurück mit einer neuen Reihe der beeindruckendsten Gadgets für euren PC. Heute werdet ihr ein süßes, leisungsstarkes Mini-Cube-Gehäuse und ein super Premium-Cocon-Gehäuse für euren PC sehen. Macht euch außerdem bereit für eine riesige Eingabetaste, auf der ihr liegen könnt. Los geht's! Diejenigen, die sich das Video bis zum Ende anschauen, können an unserem Gewinnspiel teilnehmen und eines der Gadgets aus diesem Video gewinnen. Um teilnehmen zu können, müsst ihr alle U-Fact-Logos in diesem Video finden und in einem Kommentar die Uhrzeit angeben, wann jedes von diesen Logos angezeigt wurde. Ihr könnt ein Beispiel dafür auf dem Bildschirm sehen. Andere Teilnahmebedingungen kannst du am Ende des Videos sehen. Lasst uns mal loslegen. Hier ist der König des Gaming-Zubehörs, eine großartige Gaming-Tastatur von Razer. Alle 32 Tasten lassen sich programmieren und sind bereit für jede Aktion, egal ob Gaming oder produktive Aufgaben. Auf der rechten Seite ist ein Daumenkissen, das reibungslose Bewegungskontrolle ermöglicht. Mit der abnehmbaren Handauflage kannst du stundenlang ununterbrochen spielen, ohne dich unwohl zu fühlen. Das eingebaute LED-Lichtsystem beleuchtet jede Taste individuell. Wenn dir diese Tastatur gefällt, solltest du dir auch die Pro-Version ansehen. Sie hat druckempfindliche Tasten, mit denen du jede Bewegung präzise kontrollieren kannst. Du kannst sogar verschiedene Funktionen für eine leichte Berührung und ganzen Tastendruck einstellen. Noch ein Produkt von Razer. Die kabellose Performance dieser Gaming-Maus ist extrem schnell, sodass du keine nervigen Verzögerungen hast. Sie kommt mit drei austauschbaren Seitenplatten mit zwei, sechs oder zwölf Tasten. Dank dem modularen magnetischen Design kannst du sie ganz einfach in Sekundenschnelle austauschen. Natürlich ist jede Taste programmierbar, sodass du sie mit jedem Befehl belegen kannst, den du möchtest. Die Standfüße sind aus einem speziellen Material und bereit, mit Leichtigkeit über jede Oberfläche zu gleiten. Dank dem eingebauten Speicher speichert die Maus alle deine Einstellungen. Du kannst sogar bis zu fünf Profile für verschiedene Einstellungen hinzufügen. Was die Akkulaufzeit angeht, kannst du sie ungefähr 150 Stunden mit nur einem Mal aufladen benutzen. Das ist ein Traum für Gamer. Fingerabdrucksensoren scheinen heutzutage ziemlich geläufig bei unseren Mobilgeräten zu sein. Aber wenn du diese Funktion auf deinem Laptop haben willst, schaue dir diesen kleinen Dongle an. Er sieht genau wie ein normaler Bluetooth-Receiver für deine Maus aus und verbindet sich über USB. Nach einem kurzen Installationsprozess und Einrichtung deines Fingerabdrucks ist er komplett einsatzbereit. Er arbeitet extrem schnell mit einer 0,15-sekündigen Erkennungszeit. Du kannst bis zu zehn Fingerabdrücke für deine Freunde, Familie und Kollegen hinzufügen. Dein Fingerabdruck kann nicht nur das System, sondern auch separaten Dateien oder Ordner entsperren. Schütze alle deine persönlichen Daten, die du möchtest, mit nur ein paar Klicks. Es wäre cool, das in Telefone zu haben. Und hier ist ein toller CPU-Kühler, um deine Computerleistung auf dem höchsten Niveau zu halten. Dieser Kühlkörper ist mit dem meisten Gehäuse kompatibel, dein Modell sollte also keine Ausnahmen sein. Er ist wirklich einfach zu installieren, denn das ganze Montagezeug ist in der Packung enthalten. Die Schrauben sind im Inneren des Gehäuses versteckt, um das Aussehen nicht zu beeinträchtigen. Aber die Leistung ist am wichtigsten. Daher ist dieses Ding mit sechs Wärmerohren ausgestattet, die dein PC reibungslos laufen lassen, egal wie ausgelastet er ist. Und das Wichtigste, er wird nicht sehr laut. Der Kühler ist außerdem mit RGB-Lichtern ausgestattet, sodass du ihn in verschiedenen Farben leuchten lassen kannst. Dein Kühler sollte schon cool aussehen. Schau dir diese innovative Tastatur an. Ihr Design ist perfekt für Gaming und Tippen. Und außerdem kann sich diese Tastatur tatsächlich zerteilen. Ja, ganz einfach. Es gibt starke Magneten, die die Teile zusammenhalten, sodass sie ganz fest sitzen. Die Handauflagen sind abnehmbar und lassen sich sogar waschen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind fast endlos. Du kannst jede Taste einzeln programmieren und wann immer du willst Tastatur-Layouts ändern. Die mechanischen Schalter sind auch austauschbar. Du kannst also die Option wählen, die dir in Bezug auf Entfernung und Rückmeldung am besten passt. Mit den eingebauten RGB-Lichtern leuchtet die Tastatur wunderschön von innen. Sie sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben ein paar Leuchtröhren an dem Sockel angefügt. Die ist also rundum hell und leuchtend. Ein leistungsstarker PC ist nicht unbedingt schwer und sperrig. Das Cube Mini-Gehäuse hat einen schlanken und kompakten Körper, aber du hast immer noch genug Platz für deine Hardware. Natürlich gibt es ein paar Einschränkungen bezüglich der Größe deines Motherboards. Und deine Grafikkarte. Aber du bekommst eine voll funktionsfähige, leistungsstarke Maschine. Das Gehäuse kann zwei Lüfter halten. Einen vorne und einen auf der Rückseite. Außerdem ist der Frontlüfter sogar schon vorinstalliert. Es ist mit AGB-Lichtern ausgestattet, um in verschiedenen hellen Farben zu leuchten. Die Hardglass-Platten machen deine Ausstattung von jeder Seite sichtbar. Und dank dem magnetischen Design kannst du sie einfach aufschieben und auf deine Hardware zugreifen. Es gibt außerdem zwei Speicherslots, die SSD und HDD unterstützen. Wenn du mehr Leistung brauchst, gibt es eine größere Version dieses Gehäuses. Du bekommst fünf Lüfter und mehr Kapazität für deine Grafikkarte und Speicher. Aber du wirst etwas mehr Platz finden müssen. Und wenn du alles einfach nur eine Nummer größer magst, dann ist hier eine abgefahrene Idee für dein Büro oder deine Schreibtisch zu Hause. Das ist die wahrscheinlich größte Eingabetaste, die du je gesehen hast. Eigentlich ist es eher ein Kissen mit einer Tasse darin. Du kannst sie über USB an deinem Computer anschließen und, naja, sie funktioniert wirklich. Tatsächlich ist sie als Anti-Stress-Spielzeug gedacht, wenn du einfach wirklich einmal jemanden mitten am Tag schlagen musst. Und du kannst dich auch auf sie drauflegen, wenn niemand zusieht. Sei nun vorsichtig, nicht versehentlich etwas abzuschicken. Noch etwas, das dich aufweitern kann, sind süße Kopfhörer für Streamern. Die eingebauten RGB-Lichter sind vollständig anpassbar und können außerdem auf den Stream reagieren. Das Wichtigste ist, dass du einen wirklich eindringlichen Umgebungsklang für realistisches Gaming bekommst. Und natürlich ein großartiges Mikrofon, um mit deinen Teammitgliedern und Zuschauern zu reden. Es hat aktive Rauschunterdrückung, sodass dich jeder kristallklar verstehen wird. Und keine Sorge, es gibt mehrere Farboptionen, nicht nur die pinke. Dieser Lüfter von Corsair nimmt Lichteffekte wirklich ernst. Deshalb gibt es vier Lichtzonen, die von vorne und von hinten sichtbar sind. Jede der 34 LEDs ist individuell ansprechbar, was ein paar wirklich beeindruckende Lichteffekte ermöglicht. Du bekommst eine Spezialsoftware, um aus verschiedenen Mustern auszuwählen und deine eigenen Beleuchtungseinstellungen festzulegen. Sie erlaubt es dir außerdem, die Lichter mit kompatiblen Spielen zu synchronisieren, um eine eindringliche Erfahrung zu kreieren. Der Lüfter kommt in zwei Größen, 120 mm und 140 mm. Du kannst also sicherlich den richtigen für dein System finden. Er ist extrem leise und gleichzeitig leistungsstark. Zusätzlich ist der Lüfter mit Gummidämpfern ausgestattet, die die Vibrationen reduzieren. Mit diesem Ding wird dein System sicherlich hell leuchten. Und hier ist ein ungewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher, der buchstäblich mit von hinten beleuchteten Teilen ausgestattet ist. Mit dem umfassenden Stereoklang, der einfachen Bedienung und den schnell ersichtlichen Informationen eignet er sich besonders gut für Gaming. Er hat Bluetooth 5.0 für die schnellste verzögerungsfreie Verbindung. Oder du kannst andere Schnittschnellen wie AUX, USB oder MicroSD benutzen. Dank dem großen Display, den dieser Lautsprecher auch als Uhr und Wecker, den du neben dein Bett stellen kannst. Er schaut fantastisch auf. Jetzt schau dir diesen leistungsstarken Kühler für deinen PC an. Er hat eine horizontale Dampfkammer, die Hitze gleichmäßig auf alle Wärmeröhren verteilen kann. Übrigens gibt es in diesem Ding 8 Wärmeröhren, die mit einer riesigen Wärmebelastung von bis zu 250 Watt klarkommen. Außerdem gibt es zwei 140 mm Lüfter mit roten AGB-Lichtern. Du kannst ihre Leistung manuell einstellen, um die richtige Balance zwischen Kraft und Lärm zu finden. Auf dem Gehäuse gibt es auch etwas Licht, das eben dieses aggressive, helle Aussehen verpasst. Das Design mit den dreitürmigen Kühlkörpern macht die Kühler effizienter und kompakter, um an jedes PC-Bild zu passen. Eine großartige Wahl für jedes professionelle PC-Bild. Egal wie viel Speicher du in deinem Telefon oder deinem Laptop hast, es ist einfach nie genug. Also gibt es diese externe SSD von Samsung, um dir zu helfen. Zuerst einmal ist sie extrem kompakt und passt einfach in deine Tasche. Die Speicherkapazität reicht von 500 MB bis zu 2 TB, was wirklich krass ist für etwas so Kleines. Mit einer 1000 MB pro Sekunde Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist sie fast 10 Mal so schnell wie eine externe HDD. Deine Daten sollten sicher sein, daher hat das Gadget einen Fingerabdrucksensor. Du kannst bis zu 4 Fingerabdrücke gleichzeitig hinzufügen, um deine Dateien mit Kollegen und Freunden zu teilen. Die SSD ist mit mobilen und Desktop-Plattformen kompatibel, sodass du sie mit allen deinen Geräten nutzen kannst. Jetzt musst du nicht mehr deine Galerie ausmisten. PC-Gehäuse sind fast schon eine eigene Kunst. Dieses unglaubliche Gehäuse ist definitiv eine Ausstellung wert. Die ausgeklügelte Form wurde von einem Kokon inspiriert, in dem Schmetterlinge ihr Leben beginnen. Deswegen sieht es im Vergleich zu den klassischen Quadratformen so natürlich aus. Jedes Gehäuse ist einzigartig und wird für jeden einzelnen Kunden individuell hergestellt. Dank der großen Löcher kannst du perfekt die Schönheit der Maschinerie verpackt in diesem eleganten Körper betrachten. Natürlich ist es ein tadelhochiges Kraftpaket mit allem, was du brauchen könntest. Es gibt 12 interne Laufwerkslots, das Kühlsystem beinhaltet 3 leistungsstarke Lüfter und einen großen 360mm Kühler. Und natürlich ist alles mit hellen LED-Lichtern bedeckt, die die Vorrichtung im Dunkeln sogar noch cooler aussehen lassen. Das ist das erste Ding auf meiner Wunschliste, wenn ich Millionär werde. Und dieses Spitzengehäuse von derselben Firma sieht eher aus wie eine riesige Blume oder ein Baum. Der runde Körper hängt an einem hohen Ständer, der an einem Stamm erinnert. Es gibt immer noch genug Platz für mehrere Datenträger und professionelle Kühlsysteme. Das Gehäuse unterschätzt EATX Motherboards mit 8 Erweiterungslots. Es ist außerdem mit einem Projektor ausgestattet, der eine Lichtschuhe synchron zu deiner Musik veranstaltet. Die eingebaute KI unterstützt Sprachbefehle und Gesichtserkennung sowie Gestensteuerung. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Gehäuse besser aussieht. Da du dir dieses Video bis zum Ende angesehen hast, willst du bestimmt an unserem Gewinnspiel teilnehmen und eine Tateros V2 Gaming Tastatur von Razer gewinnen. Dann abonniere den Kanal, gib einen Daumen nach oben und schreib einen Kommentar, in dem du die Uhrzeit aller Pop-Up UFAC Logos angeben musst. Darüber haben wir ja schon am Anfang des Videos gesprochen. Wenn du den nicht gefunden hast, schau dir das Video nochmal an. Wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, werden wir den Gewinner im nächsten Video bekannt geben. Und vergiss nicht, den Zugang zu deinen Abos zu geben. Wie man das macht, findest du in der Beschreibung unter dem Video. Viel Glück!